Alihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video, heute nochmal Dubaro, weil sich das gewünscht worden ist und zwar mit dem Hardware Deals 1500 Intel Edition für 1499 Euro. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals, dieser ermöglicht euch Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr 35% Rabatt auf Microsoft Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, z.B. via Visa, Sofortüberweisung, PayPal usw. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Zuerst möchte ich noch eine kleine Sache ansprechen. Wir hatten hier dieses Hightech-Video mit den drei Gaming-PCs plus die Dubaro Alternative. Was ist mit euch los? Was ist hier passiert? Ihr müsst mal schauen. Ich habe das vor einem Tag hochgeladen 4282 Aufrufe. Schaut euch mal die Statistik dazu an. Ich habe hier immer Videoanalysen. Die kriege ich bei so ziemlich jedem Video. Das kann man dann über die Mobile App machen oder eben über den Browser. Ich habe hier 2018 mehr als gewöhnlich Aufrufe. Das entspricht hier oben 88% mehr Aufrufe als sonst. 88%. Fast das Doppelte an Aufrufen. Warum? Was habe ich gemacht? Ich habe doch nur Systemintegrator gezeigt und habe gesagt, so und so sieht das aus und der ist einfach zu teuer. Dabei bleibe ich auch. Es sei denn, sie ändern es irgendwann. Aber das glaube ich nicht. Wiedergabezeit auch extrem gestiegen. Abonnenten 38. Das stimmt übrigens nicht. Ich habe laut Social Blade glaube ich um die 100 Abos gemacht in zwei Tagen jetzt. Also gut, das Video ist jetzt etwas mehr als Tag draußen, ja. In zwei Tagen 100 Abos. Das mache ich sonst nicht in einer Woche. Also irgendwas ist hier entweder schief gelaufen oder ich habe irgendwas extrem richtig gemacht. Ich weiß es nicht. Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Ja, geschätzter Umsatz 8,62 Euro. Das ist aufgeschissen. Naja, es ist auf jeden Fall so. Ich finde das krass. Ich finde das sehr, sehr gut. Eure Kommentare waren auch sehr positiv. Also ich habe nicht einen Hate-Kommentar bekommen. Da war nicht einer bei, der gesagt hat, das stimmt gar nicht, was du sagst, auch so eine Hightech ist geil und so. Nö, ihr habt alle gesagt, das ist kacke. Das ist halt wirklich so. Krass. Hier unten steht noch, woran liegt das? Etwas an diesem Video hat deinen Zuschauern besonders gut gefallen. Es wurde deswegen häufiger als sonst auf der YouTube-Startseite und dein nächstes Video empfohlen. Überleg dir, was an diesem Video anders ist, damit du weiterhin Inhalte erstellen kannst, die deine Zuschauer begeistern. Habe ich viel gemeckert? Ja, habe ich. Gefällt euch das? Also es ist schon krass. Also mich freut es wirklich. Abos tun sowieso immer gut. Ich sehe leider, dass 80% der Leute, die meine Videos gucken, nicht abonniert haben. Also mir würde das wirklich weiterhelfen, weil Abos bedeuten Wachstum. Da werden dann die Hersteller auch darauf aufmerksam. Und vielleicht kommt dann mal einer auf die Idee, zum Beispiel Dubaro, Agand oder sonst wer, zu sagen, ey, wir schicken dir wirklich mal ein PC vorbei und den kannst du dir mal angucken. Das wäre geil. Dann könnte ich halt so ein schönes Video machen, könnte euch sagen, hier, so und so ist das verbaut, so ist das Kabelmanagement und so. Natürlich ist da wieder das Thema, er könnte pre-selected sein, dass die sich da mehr Mühe geben als bei einem anderen PC. Aber hey, dann habe ich immerhin wirklich mal was in der Hand. Und ich kann auch wirklich gute FPS-Tests machen. Jetzt im Moment nämlich noch diese YouTube-Videos von anderen Kanälen, die ich auch immer wieder unten in die Beschreibung reinschreibe. Das könnte ich dann wirklich mal selber machen. Also wirklich, wenn ihr mehr davon sehen wollt, beziehungsweise auch mal so ein richtiges System, vielleicht gibt mir das die Möglichkeit, abonniert einfach mal. Das soll auch kein Betteln sein, nur man hat dann bessere Chancen, so wie es ist. Dazu kommt noch das Thema. Ich hatte das Dubaro-System unten verlinkt. Und bei Bitly ist es halt so, man verlinkt etwas mit so einem Shortlink, weil YouTube das uns nicht vollständig anzeigt. Und dann sieht man sogar die Klicks. Da verdiene ich jetzt kein Geld mit oder so. Ich sehe halt einfach die Statistik. Allein das Dubaro-System hat 165 Klicks. Das Ding war innerhalb von einem Tag ausverkauft, nachdem mein Video da war. Wenn der ein oder andere das Teil gekauft hat, meldet euch mal in den Kommentaren. Ich würde echt gerne mal wissen, ob es daran lag. Ich will mir jetzt nichts drauf einbilden, aber wenn wirklich dieses System ausverkauft worden ist, weil die anderen sind halt noch da. Wisst ihr? Das ist das einzige System, was auf einmal ausverkauft ist. Wenn das wirklich an mir lag, sag mal bitte Bescheid. Fände ich cool. 165 Aufrufe. Sagen wir jetzt mal, da hätten nur 10% von gekauft. Dann sind das schon 16 PCs. Das ist krass. Wie gesagt, ich kriege von Dubaro dafür nichts. Ich bin mit niemandem gepartnert. Aber würde mich halt echt mal interessieren. Und ich werde dir auch ganz oft in den Kommentaren gefragt, kannst du nicht auch mal den Medion Eraser oder was weiß ich, diesen PC, der jetzt bei Aldi rauskommt am 27.01. glaube ich. Ja, dazu kommt noch das Video. Also da wird immer gefragt, kannst du dir mal vorstellen? Das wird ein bisschen schwieriger. Deswegen dauert das ein bisschen, weil man da nicht ganz genau weiß, welche Komponenten drin sind. Ich muss mir da aus mehreren Quellen was zusammensuchen. Meine Berater muss ich noch mit einspannen. Das Video kommt auf jeden Fall noch, bevor der released wird, der PC. Also seid drauf gespannt. Aber ich wurde wirklich sehr oft gefragt und ich finde es echt krass. Hier zum Beispiel der Faustblitz schreibt, Hightech ist echt so ein Saftladen. Sorry, aber anders kann man das nicht beschreiben. Und das ist noch sehr nett von mir. 13 Likes. Wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir einfach mal, ne? Ich weiß nicht. Das ist ein Top-Kommentar. Ich pinne ihn an als Top-Kommentar, nicht wegen dem Inhalt. So, genug gelabert. Wir schauen uns jetzt diesen PC hier an. Hardware Deals 1500 Intelli-Edition. Bei Dubaro mal wieder. Also gut, das ist jetzt quasi das dritte Video mit Dubaro, aber scheinbar steht ihr drauf, weil das Dubaro-System für 3000 Euro war das, glaube ich. Es war auch gut eingeschlagen. Also krass. Als Prozessor haben wir diesmal keinen AMD. Tatsächlich auch Intel. Intel i5 11400F. Ja, ist ein 6-Kern-Prozessor mit 12 Threads, 65 Watt TDP. Ist ungefähr so wie der 5600 von AMD, halt nur in günstig. Unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Den könnt ihr natürlich auch mit 3600 oder so betreiben. Nur, das ist halt die Spezifikation. Da kommen wir auch später nochmal zu. Klar, jetzt werden die meisten sagen, hey, es gibt doch schon die 12.000er-Reihe. Ja, ja, klar, gibt's die. Aber dann braucht ihr eventuell wieder DDR5. Es gibt auch Boards mit DDR4. Aber das ist einfach zu teuer aktuell. In einem 1500-Euro-PC ist es schon schwierig, irgendwie mit reinzukriegen mit einer guten Grafikkarte. Deswegen ist das soweit in Ordnung. Und der kostet 157 Euro bei Mindfactory. CPU-Kühler ist ein BeQuiet Piroc 2 Silver. Ja, ist ein guter CPU-Kühler. Hat eine TDP von 150 Watt. Also der schafft das auch. Ich hatte einen Lüfter-Test mal gemacht. Das ist überhaupt kein Problem. Sehr guter Kühler. Hat auch 3 Jahre Hersteller-Garantie. Ja gut, was soll dran kaputt gehen? Bis auf den Lüfter, der da vorne drauf gespannt ist. Den kann man dann wechseln. Das ist jetzt kein großes Ding. Also bin ich zufrieden mit. Der wird dann auch nicht zu heiß, der Prozessor. Und der kostet 29 Euro bei Ebay. Als Mainboard bekommen wir einen Asus Prime B560+. Danke, Hardware-Deals. Es ist kein Micro-ATX. Sehr gut. Es ist erweiterbar. Ich zeige euch das jetzt mal kurz. Wir haben gekühlte Spannungswandler. Wir haben vier RAM-Bänke. Hier könnt ihr eine M.2 SSD verbauen. Hier vorne kommt die Grafikkarte rein. Hier unten könnt ihr noch mit einer WLAN-Karte oder so erweitern. Hier könnt ihr noch so eine kleine M.2 bzw. unten einbauen. Hier könnt ihr so ein WLAN-Modul z.B. reinklatschen, wenn ihr das möchtet. Das hat so diese Schraubgröße. Sieht man ja hier. Ansonsten USB-Erweiterungskarte, Capture-Karte und so. Alles kein Problem. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss. 2x USB 2.0. Hier vorne nochmal 2x USB 2.0. Hier 2x USB 3.1. USB 3.0 Typ C. Hier haben wir wieder HDMI, Displayport und VGA. Die werdet ihr nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Und hier der PS-2-Anschluss. Nur um euch das nochmal kurz nahezulegen, das ist ja ein 11400F. Das F-Suffix bezeichnet eine CPU ohne integrierte Grafikfunktion. Da wisst ihr da schon Bescheid. Bei AMD ist es genau andersrum. Wenn da jetzt ein G hinter steht, hinter der Bezeichnung, z.B. sage ich 5700G, dann wisst ihr, okay, Grafikeinheit drin. Ansonsten in der Preisklasse Grundsolides Board. Gut, es ist der B560-Chip-Satz. Ihr braucht auch keinen höheren, weil der Prozessor eh nicht übertaktbar ist. Sonst wäre es halt ein Z geworden, z.B. ein Z590 oder ähnliches. Und das kostet 121,91 Euro bei Ebay. Die sind Snowguard. Das lese ich schon ziemlich häufig. Ich muss mich mal informieren, wer das ist bzw. was das für ein Unternehmen ist. Grafikkarte. 12 GB AMD RX 6700 XT. Natürlich wieder beliebiger Hersteller. Ihr kriegt das, was die gerade geliefert bekommen. Ich nehme jetzt hier einfach mal die Variante, weil die die günstigste ist. Ist eine gute Grafikkarte. Habe ich selber auch. Da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, die wäre besser mit einem AMD-Prozessor aus der 5000er-Reihe, weil Smart Access Memory. Und zwar bis zu 15% mehr Gaming-Performance mit AMD Smart Access Memory. Hier hättet ihr dann halt so Ergebnisse. Wenn ihr z.B. jetzt hier eine 6700 XT mit einem Ryzen 5900X paaren würdet, hättet ihr Borderlands 3 bis zu 117%, also 17% Mehrleistung. Muss man aber in dieser Preisklasse nicht erwarten. Von daher ist das erstmal peng. Die Grafikkarte ist gut. Der Prozessor kommt auch damit klar. Beim Prozessor muss ich noch dazu sagen, ob er jetzt zum Stream geeignet ist. Kommt drauf an, ob ihr über den Prozessor rendern wollt oder eben über die Grafikkarte. Wenn ihr jetzt AAA-Titel spielt, was ich mal gerne sage, Far Cry 6 z.B. oder Watch Dogs Legion, könntet ihr Probleme kriegen, wenn ihr über den Prozessor rendert. Für Just Chatting oder Among Us oder Counter-Strike, Valorant und so reicht das natürlich dicke. Da kommen wir auch später noch zu einem FPS-Test. Und die kostet aktuell 849€ bei Caesar Solutions. Arbeitsspeicher 16 GB 2x8 GB Patriot DDR4 3200 MHz Viper Blackout. Ja, stick normaler RAM. Kein blödes Bling-Bling. Was heißt blöd? Ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Man braucht es nicht, diese RGB-Beleuchtung. Gut, ich habe auch welche in meinem System, aber man braucht es halt nicht, kostet halt immer wieder mehr. Der Patriot Viper ist ein guter RAM. 3200 MHz entspricht natürlich der Spezifikation von Intel. Man kann natürlich bei 1500€ nicht erwarten, dass sie 3600er nehmen. Aber wer das gerne möchte, kann es ja nachkonfigurieren. Klar, dann kostet es auch wieder mehr. Aber soweit erstmal völlig in Ordnung. Dual Channel auch ganz wichtig. Und der kostet 61,90€ bei Notebooks billiger. Festplatte 1TB Kingston A2000 M.2 PCI Express 3.0 SSD. Ach, die habe ich schon so oft gezeigt. Hat eine Lesegeschwindigkeit von 2200 Mbps und eine Schreibgeschwindigkeit von 2000 Mbps. Ist eine gute SSD. 1TB reicht auch erstmal, wenn ihr mehr Speicher braucht. Auf jeden Fall eine HDD noch nachrüsten, ja. Das kann schnell passieren, je nachdem welche Spiele ihr installiert. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt. Arc zum Beispiel. 300 bis 350 GB mit allen Mods. Deswegen überlegt es euch, ob ihr vielleicht noch eine 1 oder 2TB HDD mit nachkonfiguriert. Aber für den Preis erstmal in Ordnung. Und die kostet 94,87€ bei MineFactory. Laufwerk ohne. Klar, Multimedia. Das ist dem Mainboard geschuldet. 7.1. Das wird darüber realisiert, indem ihr halt noch die Frontanschlüsse des Gehäuses nutzt. Dann habt ihr 7.1. Es gibt Mainboards. Da ist es natürlich hinten schon komplett mit verbaut. Teilweise noch mit Toslink. Netzteil 700 Watt Bequiet Pure Power 11. Ja, ist leider nicht modular. Sonst wäre es das CM geworden. Aber das hat fünf Jahre Garantie. 700 Watt reicht dicke aus. Ich habe es hier mal in den Netzteilrechner geworfen. Ihr kommt hier auf eine maximale Leistungsaufnahme von 388 Watt. Mit Puffer 438 Watt. 700 Watt sind drin. Das heißt, ihr könnt später noch eine dickere Grafikkarte einbauen, dickeren Prozessor. Das ist alles kein Problem. Kommt aber bitte nicht auf die Idee, eine 3080 Ti und was weiß ich, einen 11900K und so da rein zu ballern. Dann wird es irgendwann schon ein bisschen eng. Aber ihr könnt natürlich erstmal noch gut erweitern. Ansonsten ist das noch 80 plus Gold zertifiziert. Das heißt, es ist effizient. Und das kostet 82,87 Euro bei Mindfactory. Gehäuse Bequiet Pure Base 500 schwarz mit Glasfenster. Ich sage ja öfters in meinen Videos, dass die Gehäuse von Bequiet gut sind. Das hier ist auch in Ordnung. Das hat schon einen Frontlüfter mit drin und einen Hecklüfter. Das heißt, der Airflow ist auf jeden Fall gegeben. Es ist auch noch schallgedämmt. Ob man das jetzt unbedingt braucht und ob es Sinn macht, bei einer Glasscheibe dann die Rückseite noch schallzudämmen. Ich habe kein schallgedämmtes Gehäuse. Ich weiß nicht, was da der große Unterschied ist, weil bei mir ist halt auch die Glasscheibe direkt zu mir gerichtet und dementsprechend kriege ich halt die Lautstärke ab, je nachdem, wie man es einstellt. Ansonsten habt ihr natürlich genug Platz in dem ganzen System. Könnt hinterher noch ein paar Festplatten und so erweitern. Das ist alles kein Problem. Ist natürlich schlicht. Kein unnötiges Bling-Bling. Ihr zahlt wirklich nur die Leistung. Und es gibt viele Leute, die mögen das. Einige wollen unbedingt RGB. Aber das ist wirklich so ein System, wo man sagen muss, kaum blödes Rumgeleuchte oder ähnliches. Ich sage immer blöd. Ich mache mir damit noch Feinde. Also kein Rumgeleuchte, dass ihr da Bescheid wisst, was dezent ist mit viel Leistung. Für den Preis. Und das kostet 76 Euro bei Mindfactory. Betriebssystem optional erhältlich, inklusive Installation. Ja gut, ihr macht euch einen USB-Stick fertig mit Windows drauf. Das kriegt ihr ganz offiziell bei Microsoft. Kauft euch einen Key bei CDK, dann ist die Sache auch gelaufen. Service, zwei Jahre Garantie, Retourenschein und Reklamationsfall. Kein Pick-up und Return. Ihr kriegt einen Retourenschein. Das heißt, ihr müsst das Ding einpacken und zur Post bringen. Da kommt keiner bei euch vorbei und holt das Ding ab, dass ihr da Bescheid wisst. Wo steht Internet Security? Brauchen wir auch nicht. Und dann wären wir schon beim Endergebnis. Hier haben wir die Kingston A2000 SSD, Prozessor, den RAM, Grafikkarte, Mainboard, CPU-Kühler, Gehäuse und Netzteil. Und dann kommt auch ein Gesamtpreis von 1472,55 Euro. Das System soll kosten 1499. Ja. Ist okay. Gar kein Problem. Dubaro heißt ja auch nicht Hightech. Nein, ist wirklich ein gutes System. Für das Geld ist das in Ordnung. Man kann natürlich noch ein besseres Mainboard nehmen oder ähnliches. Aber wer jetzt zocken will und später noch gut erweitern möchte, zum Beispiel auch noch mit einer zweiten M.2 SSD oder einer Capture Card oder ähnliches, die werden damit zurechtkommen. Der RAM könnt ihr auch noch erweitern. Hat ja vier Slots. Das Ding ist echt in Ordnung. Kann ich jetzt nicht meckern. Das einzige Manko ist natürlich diese Geschichte, dass da jetzt kein AMD-Prozessor drauf ist. Wegen Smart Access Memory. Ich hab's ja eben gezeigt. Gut, dann müsstet ihr ein AMD-System nehmen. Das wird dann aber auch wieder deutlich teurer, weil der 5600, der kostet auf jeden Fall mehr wie der 11400F. Dass ihr da Bescheid wisst. Und ob das preislich gerechtfertigt ist, diese, sag ich mal, realistisch gesehen, 10% mehr Leistung, Smart Access Memory, sei mal dahingestellt. Aber das wäre so ziemlich das einzige Manko. Ich find's okay. Wirklich. Und da sag ich jetzt auch nicht, weil Hardware-Deals da drinstehen. Das interessiert mich mittlerweile gar nicht mehr. Ob das jetzt Benchili-Kreativ-Ecke, Hardware-Deals oder sonst wer ist. Ist okay. Passt. Dann kommen wir noch zum angesprochenen FPS-Test. Hier ist Intel Core i5-11400. Das ist jetzt nicht der F. Das ist der normale. Das macht aber keinen Unterschied bei Intel. RX 6700 XT. Test in 10 Spielen. In Full-HD, WQ-HD und 4K. Da haben wir Red Dead Redemption. In Full-HD auf Ultra-Einstellungen. 87 FPS. In WQ-HD 76 FPS. Und in 4K 43 FPS. PUBG in Full-HD und Ultra läuft auf 185 FPS. In WQ-HD 140 FPS. Und in 4K 74 FPS. Was auch viele interessiert, Microsoft Flight Simulator. Und schon auf Full-HD und Ultra macht der 56 FPS. Das ist gut spielbar, ja. Ist auch kein Shooter oder so. Aber der wird bei 4K, glaub ich, gleich einbrechen. WQ-HD bringt noch 47 FPS. Ja, 26 FPS ist schon hart. Da bräuchtet ihr schon eine stärkere Grafikkarte. Also wer den Flug-Simulator auf 4K spielen will, der braucht ein stärkeres System. Klare Sache. GTR 5 auf Full-HD mit Ultra-Einstellungen. 126 FPS. Auf WQ-HD 97 FPS. Und in 4K noch stabile 88 FPS. Fortnite Full-HD Raytracing aus auf epischen Einstellungen. 160 FPS. WQ-HD 116 FPS. Und 4K 55 FPS. Jetzt der Härtetest Cyberpunk auf Full-HD auf Ultra Raytracing aus 81 FPS. In WQ-HD 52 FPS. Und in 4K immer noch 26 FPS. Aber würde ich auch nicht machen. Da braucht ihr auch ein stärkeres System für. Klare Sache. Vor allen Dingen, wenn ihr euch jetzt noch überlegt, ihr wollt vielleicht streamen oder so. Also, na, dann machen wir noch Battlefield 5 auf Full-HD auf Ultra. 188 FPS. Auf WQ-HD 163 FPS. Und 4K immer noch 92 FPS. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Also wie gesagt, wenn ihr ein System sucht, so um die 1500 Euro, womit ihr gut daddeln könnt und einige Sachen auch streamen könnt, dann wäre das das System für euch auf jeden Fall. haben sie auch wieder einen guten Preis. Es ist jetzt natürlich nicht so günstig wie dieses Sale-Angebot, wo ihr 200 Euro drunter liegt. Aber ich glaube, 20 Euro fürs Zusammenbauen ist völlig in Ordnung. Ich sag ja immer so 150. Bei Mindfactory kostet das, wenn ihr die Teile wirklich so bekommt, 20 Euro. Raufgeschissen auf gut Deutsch, ne? Also, kauft euch das ruhig. Überhaupt kein Problem. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Joint unseren Discord, wenn ihr noch Fragen habt. Und stellt eure Fragen auch gerne in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.